Wir befinden uns an der RWTH Aachen am Institut für Schweißtechnik und Fügetechnik Lehrstuhl Professor Reisgen in der Abteilung von Simon Olschock und heute mit mir ist der Christian Frey, Mitarbeiter im Institut und wir möchten ihm ein paar Fragen stellen zur Fokus Laser in Vakuum Anlage. Christian, zu welchem Zweck wird die Fokus Laser in Vakuum Anlage verwendet? Also da wir ja ein Schweißtechnik und Fügetechnik Institut sind, beschäftigen wir uns natürlich mit allen möglichen Prozessen und natürlich auch mit dem Laserstahlschweißen im Vakuum und hauptsächlich was wir da machen ist zum einen natürlich Materialforschung, zum anderen aber halt natürlich wo der Fokus darauf liegt ist die Prozessentwicklung und da kann das natürlich für verschiedene Applikationen sein, verschiedene, diverse Materialien, was wir mit dieser Anlage machen, ja. Welche Aufgaben löst ihr mit der Fokus Laser in Vakuum Anlage? Also das kann von kleinen Bauteilen sein, also für den Elektronikbereich, die zum Beispiel Kupfer- oder Aluminiumbauteile, aber auch natürlich dickere Bauteile für Getriebe oder irgendwelche Housings für Sensoren, das sind wir relativ wenig limitiert, also wir haben wahnsinnig viel, wirklich eine Flexibilität dieser Anlage, können auch im Vakuumbereich von, sagen wir mal 100 Millibar bis 0,1 Millibar schweißen, so wie auch an Atmosphäre. Was ist denn der Hauptvorteil des Einsatzes im Vakuum? Der Hauptvorteil liegt darin, dass der Dampfdruck reduziert wird und das kann man sich ganz einfach vorstellen, zum Beispiel jetzt hier in dieser Umgebung wirkt bei circa 100 Grad das Wasser verdampfen oder zum Kochen anfangen, während wenn man auf den Mount Everest geht, reduziert sich ja auch dieser Umgebungsdruck und da fängt das Wasser bereits schon bei 70 Grad an zu kochen oder zu verdampfen. Und identischen Effekt sehen wir halt beim Laserstrahl schweißen im Vakuum genau so und dieser Effekt führt halt dazu, dass wir halt bereits bei niedrigeren Temperaturen in den Tiefschweiß-Effekt kommen und in den selben Tiefschweiß-Effekt, den wir halt beim EB auch sehen. Niedrige Temperaturen sind oft gewünscht, um eben weniger Wärmeeinfluss zu haben und um eben die Leistung, die man eben einbringen möchte, zu reduzieren. Genau. Wofür hat denn nun die RWTH ein Upgrade dieser Maschine bestellt? Die Maschine wurde ja 2016 an euch geliefert und jetzt habt ihr eben letztes Jahr ein Upgrade bestellt, die Maschine ist jetzt geliefert. Welches ist denn der Zweck? Der Sinn und Zweck dabei war, dass wir auch mitbekommen haben, dass wir die additive Fertigung einen wahnsinnigen Boom erlebt. Und diesen Boom sehen wir natürlich auch und fördern wir natürlich auch und wir sehen halt natürlich auch Vorteile beim Laseradditiven Fertigung. Und dieser neue Tisch, der jetzt nicht nur XY verfahren kann, sondern halt XYZ plus Rotieren und einen zusätzlichen wassergekühlten Tisch hat, der gibt uns natürlich neue Optionen, was die Freiheitsgrade natürlich angeht und natürlich auch die Möglichkeit, dass wir additiv fertigen können. Welche Limitierung könnte denn damit überwunden werden? Wie schon gesagt, vor allem natürlich Freiheitsgrade, zum anderen natürlich auch die Flexibilität vom Schweißen zu additiven Fertigung oder halt eine Kombination, was vielleicht in Zukunft denkbar ist. Und ja, das ist glaube ich so die Hauptlimitation, die überwunden werden konnte. Es bleibt natürlich die Limitation der kleinen Vakuumkammer, der ist halt momentan noch gegeben. Gibt es noch weitere Grenzen, die für euch, wo ihr Forschungspotenzial seht, dass ihr jetzt mit weiteren Entwicklungen vielleicht angehen wollt und überkommen wollt? Ja, wir kennen ja bereits aus dem EB-Bereich, dass man auch Hochvakuum schweißen kann. Also ist ja da sozusagen auch Pflicht, hat ganz andere Effekte noch dazu. Genau, und beim Laserschallschweißen befinden wir uns halt hauptsächlich im Bereich bis 0,1 Millibar und schweißen hauptsächlich in diesem Bereich von 100 bis 0,1 Millibar. Der Bereich zwischen, sag ich mal, 0,1 Millibar und Hochvakuum, der ist halt momentan noch sehr unerforscht. Da wird es halt vielleicht zum Beispiel interessant, wenn wir halt sehr sauerstoffaffine Werkstoffe wie zum Beispiel Titan schweißen möchten, ob es überhaupt notwendig ist, ein bisschen in Hochvakuum zu gehen oder ob wir sagen, wir finden auch einen Bereich, indem wir, sag ich mal, bei 10 hoch minus 2 Millibar Titan schweißen können oder halt andere Bauteile. Wie seht ihr denn die Zukunft des Lasers in der Schweißtechnik generell? Wird das irgendwie die Elektronenstrahlschweißtechnik ablösen oder kann man das so generell nicht sagen? Würde ich jetzt sagen, dass man das nicht so sagen kann. Das ist meine Meinung nach, würde ich behaupten, dass das Laserstrahlschweißen im Vakuum den Elektronenstrahl nicht ersetzen wird. Hat einfach den Hintergrund, dass der Elektronenstrahl hat auch seine Vorteile. Also gerade was schnelle Strahlablenkung angeht, hohe Absorption, aber hat natürlich auch seine Nachteile. Also gerade sehr kostenintensive Anlagentechnik. Und zum anderen natürlich auch, es können natürlich nur metallische Werkstoffe geschweißt werden, wo halt dann wiederum der Laserstrahl eingreifen kann und da dann sozusagen nicht Metalle schweißen könnte. Und andererseits würde ich jetzt auch behaupten, dass der Laserstrahl im Vakuum Teile vom Laserstrahlschweißen in der Atmosphäre übernehmen wird. Und gerade da, wo Schweißnähte mit hoher Qualität gefördert sind. Also würdest du generell sagen, dass es eigentlich ganz wichtig ist, dass man die beiden Verfahren gut bewerten kann, dass man vom richtigen Blickwinkel her auf die Aufgabe, die eben für den Prozess notwendig sind, dass man das betrachtet, um die richtige Entscheidung zu treffen, nämlich lieber ein EB oder nämlich eher eben eine Laser-in-Vakuum-Anlage. Genau, das muss halt dann entsprechend mit dem Kunden oder abgesprochen werden, wo man dann wirklich festlegt, was für Spezifikationen man für diese Fügeaufgabe braucht. Und dann kann man natürlich mit verschiedenen Anlagentechniken herausfinden, welche Anforderungen werden denn erfüllt. Und dann ist das auch möglich und kann dann abschätzen, welches Verfahren das Beste ist. Herzlichen Dank, Christian, für das Interview. Und wir freuen uns auf die Ergebnisse, die mit dieser Maschine dann erzielt werden. Dankeschön.